Hallo, mein Name ist Oliver Brandt von der KISS Academy und heute geht es um einen absoluten Examensklassiker, um Raub und räuberische Erpressung. Wir werden dazu zwei Videos zur Verfügung stellen. Im ersten Video wird der ganze Streit, das Verhältnis von Raub und Räuberisch Erpressung erläutert und im zweiten Video geht es dann um die Umsetzung in der Klausur, also die Prüfungsreihenfolge der Norm und an welcher Stelle dieser Streit zu diskutieren ist. Ja, Raub und räuberische Erpressung. Was ist da der große Streit und die spannende Frage? Und es ist nur ein Streit, nur ein Problem. Wie stehen Raub nach 249 StGB und räuberische Erpressung nach 253, 255 StGB zueinander? Und da gibt es zwei Positionen. Die einen, vorwiegend in der Lehre vertreten, sagen, da besteht ein Exklusivitätsverhältnis. Das heißt also, die Normen schließen sich gegenseitig aus. Und die andere Position, von der Rechtsprechung vertreten, sagen, nein, Raub ist ein Spezialfall der räuberischen Erpressung. Wir haben also ein Spezialitätsverhältnis. Das bedeutet, in jedem Raub steckt auch eine räuberische Erpressung drin. Wie kommt man zu diesen unterschiedlichen Positionen, zu diesen unterschiedlichen Ansätzen? Naja, die Rechtsprechung orientiert sich an dem Wortlaut der räuberischen Erpressung, wonach als Nötigungserfolg jedes abgenötigte Verhalten ausreicht. Also jedes Handeln, Dulden, Unterlassen. Damit aber auch jedes Dulden einer Wegnahme. Das heißt, wenn ich beim Raub jemanden nötige, um etwas zu nehmen, habe ich zugleich bei dem Nötigungsopfer ein Dulden der Wegnahme. Immer. Immer mit enthalten. Deshalb Spezialität. Und die Lehre sieht es anders. Die Lehre sagt, nein, Exklusivität, denn uns reicht für die räuberische Erpressung nicht jedes abgenötigte Verhalten aus, sondern dieses Verhalten muss eine Vermögensverfügung darstellen. Das steht nicht so im Gesetzestext. Das ist ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal. Und dann schließt es sich gegenseitig aus. Ich habe entweder die Wegnahme oder die Vermögensverfügung. Wie man es auch kennt bei der Abgrenzung zwischen Diebstahl und Betrug. Da sagen wir auch, entweder ich habe die Fremdschädigung oder die Selbstschädigung, es schließt sich gegenseitig aus. Genauso sieht es die herrschende Lehre hier. Das folgt oder daraus folgt natürlich, wenn das zu unterschiedlichen Ergebnissen führt, wir also keine Verfügung haben, sondern nur ein anders abgenötigtes Verhalten, dann müssen wir diesen Streit darstellen und entscheiden. Und da gibt es jetzt viele Argumente für beide Positionen und die sind auch allgemein bekannt, die man dann auch gerade im ersten Examen sehr ausführlich präsentieren muss und darstellen muss. Beim zweiten Examen kann man es etwas verkürzen und mehr sich auf die wesentlichen Punkte konzentrieren. Für den Ansatz der Rechtsprechung spricht zum einen natürlich der Wortlaut von 253, 255. Da steht nichts von Vermögensverfügung. Das heißt, die Rechtsprechung bezieht sich einfach darauf, sagt, brauchen wir nicht. Nach dem Wortlaut des Gesetzgebers genügt jedes abgenötigte Verhalten. Außerdem sagen sie, räuberische Erpressung ist ein allgemeines Vermögensverfügung, schützt also das Vermögen im Ganzen und soll natürlich auch einen möglichst umfassenden Vermögensschutz gewähren. Wenn wir das jetzt aber einschränken, indem wir da eine zusätzliche Tatbestandsvoraussetzung einfügen, ist das eigentlich gegen den Sinn und Zweck der Norm, nämlich den umfassenden Vermögensschutz zu gewähren. Ein drittes Argument hängt von der Art der Abgrenzung ab. Die Rechtsprechung, die macht sich das relativ einfach. Die sagt, also wenn wir jetzt fragen, haben wir eine Wegnahme oder nicht, dann sagen die einfach, gucken wir darauf, wenn der Täter nimmt, haben wir eine Wegnahme, Klammern und zugleich ein Dulden der Wegnahme. Wenn allerdings das Opfer gibt, dann haben wir nur eine Weckgabe, also keine Wegnahme, kein Raub, dann kommt nur eine Neubischerpressung, isoliert in Betracht. Die Lehre, die ja eine Vermögensverfügung braucht, die verlangt in der Abgrenzung bei dem Opfer einen Rest an Freiwilligkeit. Warum Rest? Naja, man macht es ja nicht wirklich freiwillig, man wird ja genötigt, aber man hat noch so eine Schlüsselposition inne. Man kann noch entscheiden und sagen, okay, das wird vielleicht für mich unangenehm, ich habe Nachteile, ich werde vielleicht auch gequält, was auch immer, aber ich kann noch entscheiden, ob hier ein Gewahrsamswechsel stattfindet oder nicht. Und deshalb grenzen die ab nach der inneren Willensrichtung des Opfers. Also denkt das Opfer, ich kann den Gewahrsamswechsel noch verhindern, ja oder nein. Wenn man das weiß, dann hat man auch schon das nächste Argument für die Rechtsprechung, denn die sagen, die Abgrenzung nach dem äußeren Erscheinungsbild ist viel sicherer, viel klarer. Das ist ein Praktikaargument. Und wenn man Zeugen befragen würde und dann können die Zeugen leicht sagen, damit man hat der Verdächtige genommen oder hat das Opfer gegeben, als wenn man jetzt fragen würde, die Zeugen sagen, was denken Sie denn, ob das Opfer doch noch Rest an Freiwilligkeit verspürt hat oder nicht. Also die Abgrenzung nach dem äußeren Erscheinungsbild ist klar. Und außerdem sagt die Rechtsprechung, wenn wir diese Verfügung bräuchten mit einem Rest an Freiwilligkeit, dann könnte man eine räuberische Erpressung niemals begehen, wenn man wie es absolute, also willens ausschließende Gewalt einsetzt, also K.O. schlagen, fesseln, einsperren, weil da kein Rest an Freiwilligkeit mehr besteht. Und da sagt die Rechtsprechung, das kann doch nicht richtig sein, dass wenn ich bei dem stärksten Nötigungsmittel, wie es absoluter, wenn ich das einsetze, dann soll die räuberische Erpressung ausgeschlossen sein, bei schwächeren Mitteln soll sie gehen. Das ist widersprüchlich. Und schließlich noch ein letztes Argument für die Rechtsprechung. Das ist eigentlich eine Reaktion auf eine Argumentation der herrschenden Lehre. Man könnte ja sagen, wenn der Raub ein Spezialfall sein soll, dann hätte man doch erst die räuberische Erpressung, das allgemeine Delikt, und dann den Raub geregelt. Im Gesetz ist aber genau andersrum. 249 steht vor. 253, 255. Und da sagt dann allerdings wieder die Rechtsprechung, ja, aber die systematische Stellung ist doch nicht zwingend. Das ist nur ein Indiz, aber das ist nicht zwingend. Der Gesetzgeber hat den Raub vorangestellt, wegen der besonderen Bedeutung, dem allgemeinen Verständnis, und deshalb steht der zuerst im Gesetz und dann kommt die räuberische Erpressung. Also wir sehen, es gibt eine ganze Menge Argumente, teilweise auch gute Argumente für die Rechtsprechung. Für die Lehre gibt es aber auch gute Argumente. Die Lehre zieht als erstes Mal den Vergleich von dem Betrug zur räuberischen Erpressung und sagt, beides sind allgemeine Vermögensdelikte. Parallel konstruiert. Ja, bei dem einen Delikt täuscht man als Täter, bei dem anderen nötigt man, aber der Rest vom Prüfungsabfall und so ist alles gleich. Beim Betrug ist aber unstrittig eine Vermögensverfügung erforderlich und die steht auch nicht im Gesetz. Das ist auch ein ungeschriebenes Merkmal. Also muss es hier bei der räuberischen Erpressung genauso sein. Denn, sagen Sie, was wäre denn die Konsequenz nach der Auffassung der Rechtsprechung? Die sagen, da wäre der Raub völlig überflüssig. Weil immer, wenn ich einen Raub habe, habe ich auch eine räuberische Erpressung mit derselben Strafandrohung, mit denselben Qualifikationsmöglichkeiten, da steht ja drin, wird gleich eine Räuber bestraft. Das heißt, der Raub hätte eigentlich gar keinen eigenständigen Regelungsgehalt mehr. Und das kann nicht richtig sein. Außerdem würde ja sonst nach der Rechtsprechung, wenn jedes abgenötigte Verhalten ausreicht bei der räuberischen Erpressung, sehr, sehr häufig eine räuberische Erpressung vorliegen. Das heißt, die Norm würde sehr weit ausgedehnt, uferlos. Und das ist mit Artikel 103.2 Grundgesetz in Verbindung mit dem allgemeinen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht vereinbar bei einer solch hohen Strafandrohung. Schließlich sagen die auch noch so ein bisschen spöttisch, auch als Reaktion auf die Rechtsprechung. Außerdem ist Wies Absoluta, zwar richtig, nicht nach unserer Lösung bei der räuberischen Erpressung möglich, aber es ist nicht unbedingt immer das Schlimmste. Wies Kompulsiva kann auch viel schwerere Folgen auslösen, auch viel mehr Traumata bewirken etc. Also das ist schon okay so, wenn wir das rausnehmen. Und natürlich die systematische Stellung. Wenn der Raub ein Spezialwahl wäre, hätte man dahinter geregelt und nicht davor. Das sind so die Hauptargumente für beide Positionen. Welche Ansicht sollte man jetzt folgen im Examen? Also wenn der Streit entscheidungserheblich ist, wem folge ich? Im zweiten Examen logischerweise immer der Rechtsprechung, den BGH. Weil wir schon sein Praktikerexamen, wir müssen das immer so lösen, dass die Entscheidung auch höchstrichterlich Bestand haben kann. Beim ersten Examen muss man differenzieren. Sollte das ein Zwei-Personen-Verhältnis sein, also wo der Genötigte auch der Geschädigte ist, da ist man im ersten Examen grundsätzlich frei. Kann man beide Positionen vertreten, herrschende Lehre oder Rechtsprechung. Kann man auch davon abhängig machen, was man in der Klausur für Gerechte empfindet. Ja, das kann man beides sozusagen vertreten. Kleiner Hinweis, sollte man schon erkennen, man hat ein Drei-Personen-Verhältnis. Also wo der Genötigte nicht der Geschädigte ist. Das ist möglich, dass man dann das Verhalten zurechnen kann unter gewissen Voraussetzungen. Da empfiehlt es sich auch immer im ersten Examen dem BGH der Rechtsprechung zu folgen, weil wenn man nachher zu der Frage der Zurechnung kommt, da ist der BGH auch sehr großzügig, sehr umfassend. Und es ist empfehlenswert, da auch dem BGH zu folgen. Der BGH hat an der Stelle zwar eine sehr weite Auslegung und man weiß wenigstens, was er macht. In der Lehre hat fast jeder Professor eine eigene Ansicht, um das zu lösen. Deshalb ist es empfehlenswert, in solchen Fällen gleich auch bei der Frage Abgrenzung grauboräubischer Erpressung dem BGH zu folgen und dann auch bei der Frage der Zurechnung. Weil man sich sonst inhaltlich so leicht widerspricht. Man kann ja nicht bei der Zurechnung sagen, oh, das machen wir ganz, ganz weit. Und bei der Frage Abgrenzung grauboräubischer Erpressung, oh, das machen wir ganz restriktiv. Exklusivitätsverhältnis. Das ist in sich nicht logisch. Und dann widerspricht man sich teilweise selbst. Also empfehlenswert ist es, im ersten Examen im Zweipersonenverhältnis frei zu wählen. Bei Dreipersonenverhältnissen oder zweites Examen sollte man dem BGH folgen. So, das war einmal die Streitdarstellung. Jetzt haben wir einen kleinen Überblick dazu. Im nächsten Video geht es dann darum, wie ist die Prüfungsreihenfolge, wo wird der Streit überhaupt relevant, wo präsentiere ich ihn. Wir von der KISS Akademie wünschen viel Erfolg beim Examen.